Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Elstermann und es freut mich, dass Sie den Weg zu diesem kleinen Videokurs für den Einstieg in die Programmierung gefunden haben. Die Videos hier entstanden ziemlich ad hoc im Sommer des Corona-Pandemie-Jahres 2020 für die Vorlesung Informatik im Maschinenbau am Karlsruher Institut für Technologie. Sie sind also relativ klassisch gehalten, was Formal Style angeht, aber auf diesem Weg hier können Sie einfach von anderen Interessierten auch genutzt werden. Ziel des Kurses ist natürlich ganz klar die Vermittlung von allgemeinen Grundlagen in die Programmierung, auch wenn wir natürlich die Programmiersprache Java verwenden. Viele unserer Java-Beispiele funktionieren aber fast genauso in anderen C-basierten Sprachen, wie zum Beispiel C++ oder C-Sharp. Und gerade wenn Sie bisher keine Erfahrungen mit dem Programmieren hatten, dann ist der Kurs hier für Sie auch dann interessant, wenn Sie vielleicht jetzt schon wissen, dass Sie eine andere Programmiersprache als Ziel haben. Wie also können Sie vorgehen? Der Kurs selbst besteht aus drei Gruppen von Video-Lernernarten. Und zwar werden da zum einen erstmal die Grundlagen der Programmierung, der klassische, prozedurale Teil, und darauf aufbauend dann die Videos zum Thema objektorientierte Programmierung, wobei diese sehr klar auf den ersten aufbauen und es macht Sinn, sich zuerst den ersten Teil und dann den zweiten angeschaut zu haben. Dazu kommt dann noch einmal die dritte Kategorie mit zusätzlichen Videos, die nicht immer unbedingt notwendig sind, aber zusätzliche Informationen haben oder Exkurse und die mal hier und mal da in das Ganze eingreifen und jetzt keine feste Abhängigkeit haben. Wir werden darauf dann dynamisch verweisen. Dynamisch können sie auch beim Durchgehen der Lernanheiten sein, wobei es sich aber trotzdem eigentlich anbietet, die Videos gerade am Anfang vielleicht einfach in Reihenfolge zu schauen. Das heißt, innerhalb einer Videogruppe sind die Videos nummeriert durchgehend und das Einfachste ist natürlich einfach, da linear durchzugehen, wobei Sie vielleicht nicht alles auf einmal machen sollten. Es sind eine ganze Menge Videos und programmieren lernt man tatsächlich nicht durchs Zuhören, sondern eigentlich muss man es selber anwenden, nachdem man vielleicht hier ein paar Sachen sich erklären lassen hat, aber definitiv Dinge selber ausprobieren, Pause machen. Vielleicht haben Sie ein paar Übungsaufgaben aus diversen Büchern oder sowas. Und wenn das Lineare jetzt nicht ganz ihr Ding ist, dann spricht natürlich auch nichts dagegen, einfach Videos zu überspringen. Nicht alle Videos sind notwendig oder interessant für jeden Einzelnen. Einige Videos sind zum Beispiel einfach längere Einführungen an ein Gesamtthema und diese werden dann in den Folgevideos, die sich dann mit einzelnen Aspekten beschäftigen, nochmal aufgegriffen und im Detail erklärt. Und je nachdem, was für Sie interessant ist, lassen Sie dann einfach das andere weg. Wobei, wenn Sie das jetzt am Anfang nicht entscheiden können, dann schauen Sie einfach mal die Videos rein. Wenn Sie merken, das ist mir jetzt doch zu einfach, dann einfach skippen, ins Nächste reinschauen oder generell sich einfach nach den Überschriften orientieren und einfach mal das auswählen, was interessant klingt. Um überhaupt zu programmieren und um es selber zu machen, braucht man in der Regel eine Art von Editor, um den Code zu schreiben und auch einen Compiler, um das Ganze zu übersetzen und auch auszuführen. Im Code selbst verwenden wir vor allem aus Tradition den kommerziellen Anfänger-Editor namens Editing Java Easily, der beides integriert mitbringt. Allerdings ist der E&E tatsächlich relativ alt und auch gar nicht so notwendig, da es viele Alternativen gibt, die Sie auch herunterladen und benutzen können. Und für Anfänger würden wir hier die frei verfügbare BlueJ-Umgebung empfehlen. In der sollten dann alle Beispiele genauso gut funktionieren wie im EJ, nur dass es dann vielleicht etwas anders aussieht. Das Einzige, was Sie für einige Beispiele bräuchten, wäre noch eine Kopie der sogenannten Prog1-Tools-Bibliothek, die automatisch auch im EJ verankert ist. Das heißt, wenn Sie einen anderen Editor verwenden, dann müssen Sie es einfach herunterladen und im einfachsten Fall immer im gleichen Ordner haben wie Ihr Programmierprojekt. Und Links zu all diesen Sachen finden Sie unten in der Beschreibung zum Video. Und damit ist diese kleine Einführung auch schon abgeschlossen. Wir schließen mit etwas Werbung für diejenigen, die vielleicht mit diesem Frontal-Klärunterricht nicht ganz so klar kommen, dass es nicht das Richtige ist. Dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, irgendwas Learning by Doing zu machen. Und dafür ist dann zum Beispiel dieses Buch hier geeignet, was Sie sich auch einfach kostenlos herunterladen können. Und in dem einfach ein paar kleine Beispielprogramme drin sind, die Sie einfach abschreiben können, um damit herumzuspielen, sie auszuprobieren und dann hoffentlich nachvollziehen, was darin passiert. In dem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einfach viel Erfolg und viel Spaß im Kurs und auf Wiederhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.